Wenn ich schlecht spiele oder die Mannschaft spielt schlecht, dann ist es mir natürlich nicht egal. Ich will natürlich, dass wir alle zusammen immer sehr gut aussehen, dass wir unsere Spiele gewinnen und Punkte holen. Und ich denke, dass es vielleicht für den einen oder anderen manchmal so aussieht, dann ist es okay für mich. Ich habe damit kein Problem. Auch wenn einer zu mir persönlich kommt und sagt, was er gut ankündigt oder schlecht, dann respektiere ich das. Das zeigt dann auch viel gut, dann ist es kein Problem und ich versuche daran zu arbeiten. Ist das die Geburt ihrer Tochter sich verändert? Nicht viel. Nein, klar. Ich muss natürlich auch neben dem Platz vieler Verantwortung tragen, auch für Sie. Aber ich bin froh, dass Sie jetzt da sind. Jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, freue ich mich, Sie zu sehen.